Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um ein, naja, schon fast philosophisches, germanistisches Thema. Insofern berührt es ein bisschen meinen Background, aber ganz wichtig im Bodybuilding und kommt auch sehr oft in den Kommentaren vor und beschäftigt euch sehr oft. Jeder wirft damit um sich, aber im Prinzip weiß keiner genau, weil es nicht vordefiniert ist, was damit gemeint ist oder was der andere meint. Und die Rede ist davon, was ist eigentlich eine falsche Übungsausführung? Jeder von euch da draußen hat sicherlich mal einen Kommentar abgegeben oder gelesen, wo steht, na, der Übung macht er aber auch falsch. Oder, wenn man die Übung nicht falsch macht, dann würde man auch verschont bleiben. Gerade in meinen jüngsten erfolgreichen Videos rund um die gefährlichsten oder um die ungesündesten Übungen haben so viele davon gesprochen, nee, ich mache die Übung ja richtig, wenn man die falsch macht, dann kann das passieren. Aber was ist eigentlich eine falsche Übung? Parallel dazu reden auch immer sehr viele von ungesunden Nahrungsmitteln. Was ist denn ein ungesundes Nahrungsmittel? Ist es ein toxisches, also im Minusbereich? Zerstört es was? Ist es destruktiv? Oder heißt das, dass es nur nicht gesund ist, also auf Null ist? Wird selten definiert und die meisten benutzen es tatsächlich falsch. Ja, ich meine die meisten. Ich meine über 50 Prozent. Das ist enorm. Keiner weiß so richtig, was das ist. Aber alle werfen damit um sich. Kleines Beispiel mal hier. Wenn ich ganz normal, und ich rede jetzt noch nicht mal von komplexen Übungen wie Kreuzheben oder Kniebeugen, da wird jeder von euch eine Meinung zu haben, wenn ich die Übung jetzt so ausführe. Jeder von euch wird irgendwie sagen, das ist daran richtig, das ist daran falsch. Oder, wenn ich sie so ausführe. Tatsächlich, ich kann euch sagen, und das habe ich in einigen Videos schon präsentiert, geradezu kurz, wie die Übung am effektivsten ist. Aber tatsächlich kann ich nicht behaupten, dass eine der Ausführungen falsch ist. Keine ist davon falsch. Ja, bei manchen bringt ihr weniger den Bizeps rein, wenn ihr so weit nach vorne geht, wenn ihr abfälscht, ohne es vielleicht zu wollen. Aber sie ist nicht falsch, denn was wäre eine falsche Übung? Ganz ehrlich, eine Definition vorab. Falsch wäre für mich, wenn man nicht den Zielmuskel trifft. Also wenn ich quasi das hier mache für den Bizeps, dann wäre das falsch. Denn den Bizeps trainiere ich hier nicht. Ich trainiere hier die Wagen. Was ist es also? Was macht falsches Training also genau aus? Gehen wir mal durch. Was sind die meisten Gründe dafür, dass ihr von falschen Übungsausführungen redet? Naja, die meisten reden schon mal davon, dass es vielleicht gefährlich oder ungesund ist. Dass man irgendetwas macht, was dazu beiträgt, dass man sich verletzen kann. Gerade bei dem Thema Kniebeugen und Kreuzheben. Wenn da der Rücken rund ist, abknickt, wenn man die Hüfte einfach falsch hält oder die Fußstellung falsch ist, dann kann man sich verletzen. Aber jetzt ist die Frage, ist dann die Übungsausführung falsch? Heißt, trifft man den Muskel nicht, wird er nicht wachsen oder ist die einfach nur ungesund, die Ausführung? Und da geht es schon los. Da merkt ihr, da kann man sehr kritisch werden mit der Wortwahl. So gibt es zum Beispiel auch Übungen, die ein echt großes Potenzial haben, vielleicht für den Muskelwachstum, aber grundsätzlich ungesund sind oder gefährlich sind. Das gibt es immer wieder. Und da kommt dann schon ein Widerspruch rein. Ja, sie ist gefährlicher und ungesünder. Nehmen wir mal das Beispiel Bankdrücken. Ihr seid schon fortgeschritten und habt Bankdrücken mit recht hohem Gewicht. Man kann sich vielleicht dadurch mit am schnellsten mal den Brustmuskel abreißen. Da gibt es die meisten Beispiele von. Das kann passieren, obwohl die Technik gut ist, perfekt ist. Aber das ist eine Sehne, die reißt durch. Das hat wenig mit der Technik zu tun. Und vielleicht hat er sich auch aufgewärmt, aber es passiert einfach. Und er geht nicht auf Maximalwiederholung. Sechs Wiederholungen, aber es passiert einfach. Kann vorkommen. Hingegen bei niedrigen Gewichten kann man eigentlich so ziemlich alle Übungen ungefährlich und verletzungsfrei machen. Selbst wenn man einen Rundrücken macht oder sonst was, ist das Gewicht einfach zu niedrig, kann selten was passieren. Einen Grund habe ich schon genannt. Die Übung ist nicht effektiv genug. Man könnte sie effektiver gestalten, aber nur weil sie weniger effektiv ist, sagen wir mal von dem potenziellen 10 von 10 Punkte Wachstumsreiz, den man damit setzen kann, nehme ich nur 7 von 10 Punkten. Ist sie dann aber falsch? Sicherlich nicht. Ihr erinnert euch, was ich über Planks gesagt habe. Wer nicht, schaut es euch an. Aber ich habe nie gesagt, das ist eine falsche Übung oder jemand, was falsch ausführt. Nein, es ist einfach nur eine furchtbar uneffektive Übung an sich. Und selbst wenn man diese Übung auch noch falsch ausführt, heißt das noch lange nicht, dass sie deswegen vielleicht falsch ist. Dann, was auch noch viele vorbringen, ist die Full Range of Motion. Das verwechseln sehr viele. Man macht etwas und macht nur eine Teilwiederholung. Gerade sowas wie Klimmzüge, Latzug oder auch beim Bankdrücken. Und schon sind da sehr viele bei und sagen, ah, das ist aber falsch. Du gehst gar nicht ganz runter auf die Brust, du streckst die Arme gar nicht ganz aus. Tja, dann frage ich mich aber, warum mit die erfolgreichsten Mr. Olympia-Kandidaten da oben eine wirklich kleine Range of Motion teilweise haben, weil sie merken, dass sie den Muskel besser reizen. Weil sie merken, dass sie unter Bodybuilding-Ziele einfach ihr Ziel mehr erreichen. Also eigentlich ist es sogar richtiger im Sinne von effektiver. Aber viele verwechseln das. Die sagen, Full Range of Motion ist gleich immer richtiger. Und alles andere ist falsch. Oft ist auch ein gutes Beispiel, wenn man sich mal Berufe anguckt, wo Leute recht muskulös oder kräftig werden. Wie zum Beispiel Möbelpacker. Das sind oft Leute, da zeichnen sich schon so einige Muskeln ab. Aber geht man danach, wie sie die Möbel packen, sind das ja ständig falsche Übungen. Also wenn ich mir überlege, jemand nimmt irgendwie ein Gewicht so hoch und ich stelle mir das jetzt im Fitnessstudio vor, wie jemand so das macht und irgendwie definieren will als Schulterdrücken oder so. Das ist aber total falsch, wie du es machst. Aber irgendwas passiert ja. Also irgendwie scheint es ja dann trotzdem zu funktionieren. Also das nur im Hinterkopf heißt natürlich nicht, dass ich damit sage, trainiert wie Möbelpacker, denn das ist auch schon richtig. Es soll das Ganze hier nur eingrenzen. Und so kann es auch sein, dass richtig trainieren oft eine Frage der individuellen Anatomie ist. Also mein Körper ist etwas anders gebaut als andere Körper. Und deswegen kann es sein, dass ich eine Übung auch etwas anders ausführen muss, um den Zielmuskel optimal zu treffen. Bei mir ganz persönlich habe ich dieses Beispiel oft beim Schulterdrücken. Schulterdrücken geht bei mir nicht senkrecht hoch. Und da sagen schon viele, alles aber eine falsche Ausführung. Ist es nicht, weil damit treffe ich den Muskel einfach nicht. Hingegen bringe ich die Ellbogen ein bisschen nach vorne und macht es dann, funktioniert es bei mir besser. Nun ja, denkt also mal darüber nach. Dieses Video ist ein reiner Gedankenanstoß. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was für euch bisher oder generell falsche Übungsausführungen sind, wie ihr darüber denkt. Was ist richtig, was ist falsch? Wie definiert ihr das? Oder was habt ihr schon kennengelernt, wie andere das definieren? Was fällt euch als allererstes ein, wo die Leute falsch einfach mitliegen, wenn sie eine Übung falsch nennen? Sollte euch das gefallen haben, so ein Denkanstoß, lasst es mich wissen, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keinen anderen Denkanstoß mehr. Schaut mal bei Protein Arena vorbei. Supplemente bestellen, 15% sparen und dann auch noch aussuchen, von welcher Marke. Ist doch eine tolle Sache. Sollte euch das Video weiteriley象. Ein Thema K inf rit. Vielen Dank.